Habe ich jetzt nen Job angenommen oder was? Das ist ja cool Alright, wo ist er hingelaufen? Warte Alright, cool, let's go Oh, der Papp ist voll Let's see Ist das die Präsidentin von der Stadt oder hat? Heuchler? Wie lange sind die schon da? Mann, das interessiert mich so dermaßen Achso, vier Jahre, ne? Vier Jahre später, okay, vier Jahre wahrscheinlich Kein guter Versuch bei Ellie Was hat er denn mit ihr gemacht? Dass sie so böse auf ihn ist Ja, also Pass auf euch auf Ja Ich weiß das zu schätzen Was hast du da? Heuchler Sandwiches Riecht gut? Gern dir Sicher? Sicher Ich bring euch raus Okay Gott Die Schauspieler sind so gut Oh mein Gott Nein, nächsten für das Buch Was passiert, wenn ich hier stimme? Oh, da liegt was Ich habe die Karte gesehen Oh, mein Internet spielt ein bisschen voll Sorry Hecht da spielen? Oh, kein Dank Hey Ophelia Alexander Den E-Trints kamen in ein Spark-Labor zur Welt und wurden als vielgeschlagener Fendt angesehen, das im Ziel die Verbesserung der menschlichen Sinne gewesen war und man setzte sie vor die Tür eines Waisenhauses aus, aber das Verlassene Paar erkannte schon bald seine Fähigkeiten Ophelia kamen gehörlos zur Welt und verfügt nicht über eine einzige Art die Sehkraft, sondern kann auch Dinge im Infrarot- und Röntgenspektrum erkennen Das ist sick Hat wie auch gekannt Xander wurde blind geboren und kann meilenweit hören Kein Schritt ist zur Weise, kein Geheimnis sicher, solange die beiden zusammen sind, sind sie sehr schwere Gegner Helden Nice Uh Mal Heinz Ich sag ja, umgucken in diesen, also in Last of Us lohnt sich immer Okay, er ist wieder raus, sieh auch, ne? Oh, sorry Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst Die Jungs sind schon viel zu lange da oben Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen Sein Vorsicht, in letzter Zeit wurden sehr viele infizierte Gesichter Moment, ich muss doch auch mal gucken Dass ich so langsam mal gehe, kann ich auch nichts für Ellie schläft noch Oh Mein, Inet Ist gerade nicht so Oh Teile Ich bin gerade ein bisschen mehr rum Oh, komm, ein Buch Oh, ist eins Aufpassen, dass ich nichts ver... Kennst du die Wachpfade? Nicht gut Dina war schon oft dort Dann übernehmt ihr beide das Das wäre geklärt Okay, da ist nichts weiter Ist immer dran Nö, 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 nö Ah Hast du kurz Zeit, honey? Ja, Moment 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 Bingo Night Bingo Night ist am Freitag Linedance Lesson Am Mittwoch Okay, cool Ah, ein Eichhörnchen Hier bei den Teilen Alle meine Alle meine Oh, wo ist denn da? Ich bin gerade ein bisschen mehr eingenommen Oh, nice Ich zeige dir so Komme, ich komme Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joe los ist Maria ist das Maria Du bist ihm sehr wichtig Und er wollte bestimmt nicht das Alles okay Ja? Ja Okay Okay Dann entschuldige Pass auf Mach ich Hey Dina Es gibt Arbeit Gib mir ne Minute Oh, da ist ihre Freundin Natürlich Hey Dina Können wir reden? Hey Leute Ich bin raus Oh Mann Wie lange Puh Hey Hey Ähm Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin Wie nett Oh, kein Problem Ich verstehe das Ich Ich fühle mich nur mies Warum? Weil ich Schuld an dem ganzen War Ich Hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen Und du warst betrunken Schon okay? Trotzdem Ich will nicht, dass du denkst Nein Ich interpretiere da nichts rein Weißt du, was ich an dir liebe? Alles? Dass du mich immer ausregen lässt Aber Inet Kackert Ein bisschen ab Sorry Au Was soll das? Ich spiele auch nicht mehr mit Weil du feige bist Seidling Ich hasse ihn so sehr Machen wir dich herzlich Ja Gerne Ihr wolltet es so Lauf lieber ihr kleinen Scheißer Oh scheißer In Deckung Los, los What? Ah Nehmen Sie 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 Alter Alter Ihr Kleine Nächster Nimm das Ja Ich meine Cool Das ist nicht deinem Das ist fucking sick hab dich hab dich das war cool das war hinlegen springen aber hat ziemlich leicht ins kriechen gehen das cool das war cool wo ist sprinten gibt es da noch nicht ne ist noch nicht ok und hier sein kann Das ist cool, wie halb ihr Rucksack auf ist. War es vorhin auch schon? Schon gar nicht gesehen. Ja, das ist cool. Wir kommen an den Punkt, wo wir nach draußen kommen und wo was los ist. Oh Mann. Wo die bösen Wüchte sind. Hey, morgen, Alter. Das ist doch cool. Wie riesig auch alles hier ist, ne? Ich weiß nicht, ob er das andere Bein auch mal fertig ist oder nur an einem Bein rum. Ah, ja, der ist hier. Wahrscheinlich. Das liegt bestimmt noch mal drum. Let's go. Oh, was Mädchen. So, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schemmer. Eine Waffe. Ja, cool. Kinder? Kinder? Wie alt ist er denn? Das ist bei Ellie nur so eine Sache. Das ist da oben in der Stadt oder was ist da da oben? Und so beleuchtet hat. Oh, das ist da vom Trailer. Das ist da vom Trailer. Das Haus. Da ist nichts Gutes dann passiert. Wir haben es leider nicht gesehen, aber... Oh, Mann. Das ist ein Außenposten von denen oder was? Oh, das ist, äh... Wer ist das? Das ist die vom... Das ist die vom... Das ist doch nicht die vom ersten Trailer, den wir gesehen haben, überhaupt. Erst dachte ich, das wäre Ellie's Mutter gewesen oder so, aber das geht ja auch immer nicht. Du wirst es ja auch mit den übelsten Muskeln und sowas. Was ist das? Ist das Joel? Nee. Guck dir ihre Arme an, Alter. Junge, die haut dich um, Junge. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Naja, die hat Muskeln. Ist doch die vom ersten Teil, die aufgehangen wurde. Oder vom ersten Trailer, meine ich. Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Er heißt Mann? Mann, Frau? Haben die keine Namen? Oder ist das ein Rückblick hier? Ich kann es nicht ganz sagen. Mal los. Hier lang. What? Wir spielen andere Charaktere, hm? Okay. Das ist cool. keine Ahnung, wer sie ist und wer er ist. Ok. Es ist kalt. Willst du echt nicht warten bis die Sonne raus kommt? Und es wärmer ist? Tit. Nein. Kannst kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Okay. Kann ich nicht schnell loggen. l1 halten l1 halten ich sage dir viel spaß werde ich hoffentlich haben der schnee sieht wieder mal absolut geil aus aber nicht so gut wie god of war das neue spiel aber immerhin auch fast so gut ja ja warum waren dass du ganz alleine hier draußen herum ich war unruhig du auch kommt mir vor als wird weiter nach süden immer schöner wer sind die beiden wie der schnee glänzt das ist das ist wirklich beeindruckend das ist wirklich was noch nicht doch noch aus der ps4 rausgeholt hat er ist schon echt krass das ist schon beachtlich die 5 hat power die 5 hat richtig power steckt sogar im guten pc weg ich bin ganz normal oh mein gott das ist krass richtig geil kann ich stürzen es ist ja super schnell ja das stimmt halte für einen sprintsprung ich bin nicht alle für die höhe gemacht und hier bin ich bin Das ist hoch. Ah! Mich haben wir ein bisschen erschrocken. Alter. Okay, sie heißt Abby. Unreal Engine 5, PS4, jo. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich meine, den PS5 hat wahrscheinlich erst so... ...gegen Weihnachten rauskommen. Oder vielleicht, ich denke mal einen Monat früher. So, vielleicht. Vielleicht September. Oktober, November vielleicht. Oh! Die waren noch gar nicht in der Stadt. Die Animationen sind geil, ja. Okay. Ach. Nolly Doc war immer schon gut in so Sachen. Wir fangen eine Patrouille ab. Fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Wen wollen die denn rauslocken, wenn ich mal ehrlich bin? Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. 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 Was ist denn los mit dir? Ich bin nervös, ja. Stimmt. Bin sehr nervös. Oh. Die wollen auf jeden Fall irgendwas machen. Irgendwas Schlimmes. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Sie hat sehr viel Hass in sich. Das weg ist sofort. Warum? Ist die Frage. Wir sehen uns in der Lodge. Wie im Film? Ja. Oh oh. Okay. Jetzt macht sie einen auf, äh, auf Alleingang oder? Oh man. Puh. Okay, jetzt ist die Steuerung irgendwie ein bisschen agiler. Cool. Einer, Brambo? Äh, ich meine die alte hat Muckis ohne Ende, ne? Also sie muss ja, sie muss man drauf haben. Also davon abgesehen. Sie muss, sie muss stark sein. Vielleicht Militär oder sowas früher. Äh. Was ist hier? Und hier wird es rücken? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. Ich denke, ich denke, ich gehe richtig. Okay. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. Ich denke, ich gehe richtig. Ah, das ist cool, dass sie die Dings festhält. Mütze. Uh, weiter sprung. Weiter sprung. Ich denke, wir wollen da hinten hin, wo das Licht brennt. Da. Oh, das ist ein Auto. Also da ist Eddie und Joel. Und da ist er. Wie groß die Stadt auch ist, ne? Fragen über Fragen, Alter. Und ich weiß nicht, wer die sind. Und, äh, was sie wollen. Vor allem. Oh, Alter. Ich bin schrocken. Nahti-Dawki. In Sound-Effekts. Er hat Mel geschwängert? Keine Ahnung, wer Mel ist. Wow, wer ist er? Bestimmt. Sieht so aus. Oh, Waffel kommt zu einem Satz. Okay, lass ich mal. Oh, shit. Oh, alles zu Tode gefroren, Alter. Das sind Fehler. Wollen wir folgen mal den Leichenberg? Und das ganze Hauptbahn zugucken? Das ist cool. Oh, das erinnert mich irgendwie an, äh, an Tartel. Ah, oh mein Gott. Oma, aus dem Weg. Alter Schwede, das sah krass aus. Alter. Also, sind das Infizierte? Oder sind die einfach nur erschossen worden? Oder dann hier erfroren oder so? Einfach nur erfroren? Hm. Wie ist das denn? Gibt es einem nur erfroren? Boah! Oh, alter Schwede! Oh, shit. Mein Gott, wie erschrocken Gott, alter. Oh, shit! Oh, Gott. Schieß! Oh, shit! Eins! Oh, nahkampf! Ja, gib sie in! Aufs Maul! Uh! Okay. Sie kann... Sie kann auf jeden Fall... Kicks machen. What the fuck? Oh, die ist aber schnell. Gib sie hier! In's Maul! Oh, shit! Oh, Gott, schnell! Oh, Alter, Spiele! Oh, mein Gott, das Spiel ist so brutal! Alter, ich kann mir gar nicht erinnern, ob das im ersten Teil auch so brutal war. Boah! Okay, das Ausweichende ist cool gemacht. Leicht. Geht leicht von der Hand. Ich glaube, du kannst das Game auf Speedrun, indem du die ganze Zeit hier einen auf Sprünken machst. Ich muss mal abschließen. Lebt noch. Oh, shit. Oh, no-hit-run, vollgekackt! Oh, das ist so fun. Das ist so fun. Das macht Spaß, Alter. Das macht wirklich Spaß. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Gut.